zurück zu 2 weiter geht's der weg war ziemlich einfach runter geschwommen einfach hier hoch hoch darüber runter weil es total dann abfügt mich aus der verbläsung das ganze weg war nicht wirklich lange vier minuten wenn du behaupten also nicht sonderlich schwer auch nicht lang aber haben wir es auch erledigt wo jetzt gehen wir es nicht du norden und den gibt die fjord hallo mal wieder auf sie fließen der passiert hoch die betreten aus der verbesen ja ok die kunden stürmen wir den laden töten wir alle dann alles nieder guter plan aber der packt hat etwas mehr stil als ihr mit eurer weichen birne vertrag nicht zu übertreiben das war fies nachdem seitan erledigt ist trainiert ihr dann mal mit der aschlegion neidisch das kommt davon wenn man nur zweitklassig ist wir haben harte arbeit vor uns speertrupp aufstellen das ist die 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 der die ich will auch sitzen hier während andere spaß dass ich das hässliche huhn mit einem schuss erledigt geduld ist euch fremd oder aber wenn ihr es so sagt da setze ich zehn gold dagegen das ist das es gibt spektisch und sie Ich will keine Blutung auf mir haben. Die Ursachen ja. Das gern. Oh. Äh, was ist das? Äh, immer gut. Was für ein Spaß. Für euch. Aber jetzt ist klar, wir warten hier schon viel zu lang. Also, hört mal zu. Unser Spe-Experte hier meint, wir hätten lange genug gewartet. Operation Hintern Platz sitzen ist vorbei. Wir gehen. Hinter dem Kommandeur aufstehen. Gut, das mag ich. Schleichen ist lustig, aber Schleichmorde sind der Brüller. Ach, jetzt gehen müssen wir hinterher, oder was? Geh. Was ist jetzt hinterher? Alle machen mir nach. Willkommen in meinem schlichten Landhaus. Kommt nur her, bitte entschuldigt die Unterbringung. Aber keine Sorge. Meine Dina kümmert sich auf all eure Wünschen. Ein Prosit auf euch, Ehrengäste. Esst, trinkt, kommt für rege Gespräche in meinen Salon. Das gefällt mir nicht. Lass uns einen Weg hier rausfinden, bevor die Sache noch schräger wird. Öh, erst mal hier rauf. Rauf, dann links. Lose in der Falle, klar. Ist immer in der Falle. Wenn Seitan spricht, er zittert die Welt. Kommt her und... Ich dachte, die Bedienung an der gezackten Klingel sei schon übel. Äh, macht die auch was? Stimmt die auch? Bleibt nicht viel aus. Ja. Geht auch schon in der Welt 80 jetzt. Gleich, äh, Stufe. Ja, da, da, da. Bitte, 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 bitte. Ja. Trout, bewegt euch. Tretet die Tür ein, wenn es sein muss. Also sag ich, manches Essen, leichte Gespräche. Warum dann so eine schwere Rüstung, Schatz? Schau mal, es sind ihre Freunde. Heckja, ihr müsst uns eure Gefährten vorstellen. Ich hoffe, dass meine Diener gastfreundlich waren. Es ist schwer, die unteren Schichten zu bandieren. Heckja, Schatz, unterhaltet die Gäste, während ich zum Küchenpersonal gehe. Er hält Heckja gefangen, aber ohne Arme kann er nichts halten. Schnappt ihn euch! Darin ist alles, Leute. Vergebt euch, verstände eure Schicksal. Ach, die ist los? Wo ist sie hin? Ach, egal. Erledigt diese Äthi-Petite-Ursch. Wir finden sie später. Oh, ihr macht nur die Zinsschaden. Für die Silber-Wolfen. Sonnen Ginsberg-Ursch-Petite-Ursch. Edelmangel. Edelfrau. Und so, wenn ich Edelfrau? Sie ist verloren. Wir müssen uns auf den Mund konzentrieren. Findet die Tür und wir gehen. sehr unterhaltsame ablenkung erwiesen jetzt unterhalten wir euch weil es ist nicht schlecht ist nicht so schlecht aussehen und ich bin zimmer besser für mich Oh, den ersten haben wir. Hallo. Ja, kommen noch beide. Deine Hässlichkeit. Oh, die Schmecke. Bitte. Ich bin gleich Platz. Oh, sie ist nachlassen. Haut auf, mach die nieder. Heckja war eine gute Schwierin. Das büßt sie uns. Heckja hat Messeres verdient. Sie war eine Nervensäge. Aber unsere Nervensäge. Reißen wir den Laden ab? Ich warte unten. Kämpft gegen mich, wenn ihr es wagt. Das soll doch sein. Nix. Komm ich ja her. Warum? Ey. Ich kann sie nicht nach oben gucken. Du Scheiße. Der steht ja wieder total am Müll. Der ist doch mal wieder total am Müll. Komm sie. Keine Ahnung. Äh, sind wir jetzt gefunden, oder was? Ich werde zurück. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Und? Hey, hab wir denn? Da auch. Da auch. Zurück. Ich stärke Seitan und Seitan macht mich stark. Ja, ja, ist ja gut. Hey! Ganz in! Komm, Leute! Das sind nicht Schampion, ne? Das ist ja schön. Oh. 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 Das hat sicher weh gesagt. Die seien, dass ich es nicht schaffe. Mann. Mein Gott, was ist er denn scheiße? Ernst? Spiegel, die Sachen müssen erstmal weg. Ich stärke Seitan. Und ich stärke Seitan. Und Seitan macht mich stark. Entgegen? Ganz alleine. Äh, war falsch, ne? Boah, weiß jetzt nicht. Ah, komm doch schon. Und bin alleine. Hello. Jao. Boah, wie kann ich nicht schlecht? Ich bin mir nicht schlecht. Ich bin nicht schön. Mein Gott. Warte mal fast weg, sind nur noch drei von ihnen. Komm, rekt mal schneller da. Das geht mir immer auf den Winkel. Warte mal ultra lange, bis sie endlich mal wieder rüber ist, bis sie wieder voll ist. Ja, Kollege, wie hoch denn noch? Aha. Gangräufen. Da ist noch ein Stein. Ach, da kann ich noch eine Stunde handeln. Ich würde sagen, ich mache jetzt den Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich ihn geschafft habe. Alles Dein dann. Tschö mit Ö. Ich stelle. Ich stelle.